Sie haben eine Jacke, Weste oder einen Mantel und wollen die Kapuze mit einem schicken Echtpelz verschönern? Egal ob Ihre Kapuze bisher von keinem oder einem künstlichen Pelz umrandet wird. Wählen Sie einfach die gewünschte Pelzart und die entsprechende Breite der Kapuze aus. Verpacken Sie Ihr Lieblingsstück oder die abnehmbare Kapuze anschließend gut und senden Sie das Paket an die Rechnungsanschrift. Hier passt unser erfahrener Kirschner den Pelz maßgenau an die Kapuze an und näht diesen anschließend professionell fest. Nach Eintreffen Ihres Pakets erhalten Sie Ihr fertiges Leitungsstück innerhalb von zwei Tagen zurück. Wir verwenden ausschließlich Echtfell aus Europa. So wird Ihr Lieblingsstück zum echten Hingucker. Bei Fragen können Sie uns jederzeit ansprechen. Profitieren auch Sie von unserem professionellen Felkerputzen-Anbringservice.